Du wurdest überfahren und du warst da fahren und hast dich danach selbst umgebracht mit dieser Waffe hier. Ich glaub ich hab ne Pistole. Filo wird's sein. Ich würd Tito töten wenn ihr den seht. Ich kann mir doch mega geil Bomben platzieren oder? Ja. In diesem Haus da... Wie das aussah. Da brennt jemand. Oh nein. Richtig traurig. Du kommst zu und dann... Fenster kann ich nicht kaputt. Upsula. So. Auf die Werbentoilette. Es sah richtig traurig aus wie du das so runtergefallen legst. Ja dann glaub ich dir. Ey lass mich durch. Markus 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 Aber dieser Automaten, der hat keinen Text vor, bei mir. Die Map ist unspielbar. Unspielbar. So, ich hab einmal Musik angemacht. Hallo Easygriller. Hallo. Ich hab dich nicht erschossen, vergiss das nicht. Willst du mich erschießen? Komm, komm, erschieß mich. Komm. Ja, ja. Exkludier mich. Oh nein, ich bin tot. Oh nein, ich bin tot. Nein. Hey Leute, heute kommt das IWAS 8-Update raus. Hat die alle gehört? Ja, ich bin tot. Ubrigens. Na Maurizio, was machen wir jetzt Schönes? Nein, nein, nein. Okay, dann ein bisschen Crowbar-Action. Wieso sind wir nur noch alleine? Nee. Also ja. Aber ich fühl mich so. Wo? Wo? Wo denn? Sag was. Und wieder daneben gesprungen. Starke Aktion wieder von mir. Du wärst gestorben. Ach so, grad eben. Scheiße. Mann. Ich hab ihm auch ordentlich einen eingeschränkt, oder? Ja. Ja. Ich hab dir fast raus. Mit meinem Leben. Ah, der geht auf einmal die Tür vor dir zu. Traitor 2. Mann. Vor allem, ich dachte erst noch der Raum, in den ich reingehe, stehen irgendwie so Automatikgeschütze, die mich abschießen. Gehen wir raus. Gehen wir raus. Gibt's eigentlich einen Traitor raus? Nee, ich erinnert. Irgendwas, was man als Traitor auslösen kann? Immer im eigenen Glück. Ich weiß, hier noch keinen Traitor. Supergeil. Die löst du auch nicht so lange? Ja. Ja. Ich glaub, ich hatte mir die mal schon mal runtergeladen im Workshop. Gibt immer ziemlich viele runtergeladen zu heute. Lache, Lache. Lache, Lache. Oh, meine vernünftige Waffe hier. Geht's hier hin. Guck ich lieber nicht, ne? Hätt ihn hier im Busch versteckt. Hätt ihn geschrien. Unschuldig. Ich bin bei Arthur. Was? Wieder in. Äh, ich mein Traitor. Traitor, ich bin Traitor. Was ist das? Aber das ist, das ist eine gute Map für Traitor-Waffen und so. Ah. Cool. Also die AK ist einfach riesig gut hier. Hallo, hallo. Alles klar. Hallo, hallo. Alles klar. Hallo, Mr. Maurizio. Hallo. 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 Ah, Markus. Also ein paar Sachen haben wir keine Textur bei mir. Hallo. Was ist das? Böses Schild. Böses Schild. Böses Schild. Böses Schild. Böses Schild. Find ich auch. Hab's umdekoriert. Sieht jetzt viel schöner aus. Warte. Jetzt. Warte rüber. Easy. Nein, Markus. Was? Piro? Ja? Hast du schon Englisch gemacht? Äh... Verfahren. Ich wollte die verarschen. Aber die Jungs nicht. Also nein. Ne. Muss er gar nicht machen. Oh, da ist doch mal wirklich immer Dips. Ja, aber ich bin gerade jetzt gekommen. Äh, und Piro hat mir das im Bio auf? Die drei hier auf dem Dach sind keine Trader. Äh, kann ich dir nachher sagen. Ich bin unterm Dach. Ne, Easykiller, äh, Mystery und ich sind keine Trader. Ne. Da ist noch Rizio oder... Mach mich weg. Schau dir mal bitte, schau dir mal bitte mein Finger an. Wer war das? Er war's nicht. Was? Ich? Oh. Ja, ich war das. Aber er war's nicht sein. Er hat's ja gesagt, wir sollen ihn erschießen. Da hör ich immer drauf. Ach, er wollte es so. Ich hab ihm seinen letzten Wunsch erfüllt quasi. Das fühl ich mir schon jetzt gut. Hier aufs Klo. Tschüss. Okay. Hi. Was, Arthur? Arthur zielt auf mich. Sehr verdächtig, Arthur. You don't say. Ich glaub, Arthur ist Traitor. Hm? Du hast Angst, dass ich Traitor bin? Ich glaub, Arthur ist Traitor. Ja. Was wird auf mich geschossen? Aua. Ups. Blei. Meistens. Du übertreibst gleich. Ich glaub, Arthur ist es. Ja, ich bin's total. Ich bin's 100%. Eigentlich vom Ausflussverfahren hinterher, ja. Ja. Vom Ausflussverfahren bist du's. Wir drei. Ja, wo ist Thilo? Ah, der ist weg. Lol. War gar nicht da. Ich wusste. Ich wusste, dass Thilo da ist. Scheiße. Ich hab ihn nicht gesehen. Ich hab ihn nicht gesehen. Hallo? Nein. Geht. Wollen wir ein Spielchen spielen? Let's Player Game. Sau hat Let's Plays erfunden. Let's Plays erfunden. Das war Arthur. Wer ist es denn jetzt eigentlich? Was? Alter, mit meinem Ping. Wie willst du damit jemanden töten? Joshua, Dude. Ich hab mich im Regal versteckt. Wo ist Thilo hin? Gar nicht da. Von einem ganz weit entfernten Ort. Der lädt nach dem Murphronter. Jo. Der lädt nach dem Murphronter. Mann ey. Ich wollt's auf Thilo schieben. Jo. Thilo nicht auf dem Server. Thilo war's bestimmt. Das ist glaubwürdig. Ja. Schlimm wär's, wenn das geklappt hätte. Ja. Ja. Ja, dann hätte ich an euch gezäufelt. Oh, zum Glück nicht lange. Nee. Du bist immer noch im Laden. Nehm Discounter. Hahaha. Leute. Discounter. Also die vom Discounter oder wie? Nein, Wegladen. Er ist am Laden. Achso. Nein, er ist im Discounter. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ist dein mein Witz, ist glaubts wie gut. Markus hat wieder nichts zu. Ich hab ja nicht meine Witze. Hast du besorgt? Martin hat einen Witz gemacht und Markus war der Meinung, ich hätte den nicht gemacht. Weil Markus wieder nichts gehört hat. Okay, ich werd' hier gerne vermitteln. Hat, 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 hat. Easykiller! Nein, Digga, geht's gar nicht. Verdammt. Nee. Easykiller. so will ich nicht schaden beim meinetwegen kann ich höchst nein nicht meine Fliege du das? Hi, wir müssen den Wind antöten ne? beim Pink ist aber nichts verdammt ich hatte gerade schon auf euch gezielt alles gut hab'n so klar, erst zwei Minuten hinter mir herrennen und dann gut ich hab'n Schutzschild oh nein, er hat'n Schutzschild ich werd' ihn niemals so streben für den Schutzschild ne, leider nicht ok, jetzt ist mein Waffe noch nie das ist wirklich gut die, die nehm' ich jetzt immer als Waffe hier ich glaub' jetzt immer so rum besser als Shotgun ich hab' schon wieder hier nicht geholfen direkt mit Farmers gespawnt, yeah! läuft, Liga ich hab' da f***te Waffen aber die Farmers sind schon irgendwie cool, ne? es gibt nen Traderraum und die sind schon irgendwie cool echt? der schwebt da so weit oben die ist ein abgeschlossener Raum da wo du nicht fangen kannst wo denn? der tut mir gleich eine Hinrichtung hier der Durst, lol ich will jetzt hier eine Hinrichtung vorführen Achtung warte, 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 bleib mal stehen, bleib mal stehen einfach stehen bleiben stehen bleiben stehen bleiben stehen bleiben oh no, man blieb stehen und vertraute dir ach, die Tür interessant hallo da steht dann der Durst, Mysteries hier lockt aber oben rechts es gibt eine Map da kann man Ups als Bomben nehmen weil es zu weit auch weiter, ich geh mal kurz das Essen ne, das ist keine Map das ist, das kann man hinzufügen ich werde mich fassen Mist, mach mich nicht ich geh kurz was essen mal wieder ach rock 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 sag dir das眼 von marcos, ey bei einer persön ahja, was schieß du? ich kostet die gläser kaputt alter. Altsprecher ich hab fast den Kopfschuss gezählt ich will nicht heim zu machen Alter, lauf nicht wieder hinter mir LOL LOL Was machst du? Ist Arthur tot? Maritia 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 Arthur ist tot Ich töte so viele Leute einfach gerade Das ist nicht gut und ich würde Maritia 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 Akatsuki Nein Warum macht ihr sowas? Ach Leute Ich bin jetzt traurig, ich bin enttäuscht Arthur ist tot Du bist tot Alle sterben in meiner Gegenwart Es war ein Autounfall Also falls jemand fragt, es war ein Autounfall Das ist offensichtlich Wartet mal Du wurdest überfahren Und du warst da fahren und hast dich danach selbst umgebracht Mit Dieser Waffe hier Ich würde sagen, das ist noch eindeutig Erst Mord Und dann selbst Mord Nein Und du würdest dann während der Ermittlungen Auf der Straße überfahren Während der Ermittlungen Genau, von Maritia Aber Mann, was war das für ne Runde Aber sieht gut aus, oder? Aber das sieht gut aus, oder? Ja 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 Ja